Wenn wir nachts auf dem Weg nach Hause sind, kann es passieren, dass wir plötzlich Angst in der Dunkelheit kommen. Genau für solche Momente gibt es in Deutschland das Heimweg-Telefon. Ein ehrenamtlicher Service für alle, die sich zu nächtlicher Stunde eine beruhigende Stimme wünschen, die sie sicher nach Hause bringen. Sie sind mit dem Begleit-Telefon. Wie kann ich Ihnen helfen? Noch nie gab es eine wirklich lebensbedrohliche Situation. Bis heute. Hallo? Sie hören sich an, als ob Sie Hilfe brauchen. Hallo? Reden Sie mit mir. Sind Sie noch da? Hallo? Der Heimweg Bist du bereit, ihn zu gehen? Untertitelung des ZDF, 2020